Hallo YouTube! Schön, dass du dabei seid. Bei einer weiteren Folge... ...Achthenszeländer, 20, 21... ...Törchen... ...Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Nummer, 22... ...In unserem Fall ist es aber ein... ...Tü-Tü-Tü... ...haha... ...hör mal, gehst du immer höher mit dem Ton, mit dem Tü-Tü-Tü... ...Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü- cool so wir machen das auch mal an das finde ich ganz cool eigentlich wenn wir das auch anhand so dann macht ja nichts so warte mein schatz jetzt machen wir mal groß ansicht hier großaufnahme dann sieht man auch noch ein bisschen was wir basteln so und den machen wir mal nach unten da machen wir jetzt folgendes videoaufnahme gerät medienquelle fensteraufnahme hinzufügen eiter cam da ist er doch so meine lieben und die setze ich euch jetzt mal nach da so und diesen rahmen wenn wir noch mal so ich glaube das sieht ganz schön aus in der ecke hier hallo das passt nicht dann geht das denn nicht so das geht nicht okay dann müssen wir es rausnehmen so und was ist denn das screen capture brauchen wir nicht oder ach das ist das so ja moment ein ganz kleines stück setzen wir die mal tiefer so meine freunde jetzt seht ihr es der schreibtisch in voller bracht nein so dann dann seht ihr auch was wir hier fabrizieren für ein genau so das wir brauchen den hier unten so den will ich noch ein bisschen kleiner haben so super ja wo ist unser schlepper da ist unser schlepper ja nicht du darfst da nicht so dran ziehen weil dann ziehst du die tüte noch enger mein schatz er lasst du warte was im weg das muss fett halten ok so dann gehen wir da mal wieder rein müssen noch mal eben schnell hier was fern wieder zurückgehen damit der du kann gleich auch wieder drücken kann ja genau das heißt jetzt brauchen wir da ist das lenkrad nur ein da ne da sind zwei ok und du guckst mal welche auf welchem block das ist da steht denn du A A sagst du A A A A A weil ich zu kurz ja weiß ich ja weiß ich Finger weg A A A A Oh ne, Moment wir müssen so rumknipsen darf ich das mal in der Hand haben ja weil da unten wissen mich schnippschnapzane ab schnippschnapzane ab genau schnippschnapzane ab so damit ist das teil leer ja was was steht hier an der seite ich schwenke mal kurz hierüber unser drucker da steht der drucker also ihr seht so aber wir schwenken mal wieder hier hin weil da müssen wollen wir hin und machen wir die großaufnahme so dann ja so machen wir weg 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 sondern sehen sie auch wenigstens ein schönes auto jetzt hängt die kamera warum die muss anbleiben so meine lieben wir machen weiter ja gut jetzt mein baby so das heißt wir müssen jetzt hier das lenkrad auf den stift hier stecken den wir gerade abgeknüpft haben so ja das weiß ich und jetzt dafür müsstest du mich aber mal bitte dahin lassen damit ich sehe also jetzt mal ohne flachs ja leute ihr seht das lenkrad ist was größer als den kompletten schlepper ja guckt was ich halt mal wir machen mal das fenster hier groß so passt auf so dann ganz ehrlich da müssen wir jetzt ein bisschen hin so jetzt guckt euch das mal an guckt euch das mal an guckt euch das mal an das ist doch jetzt aber noch mal guckt euch mal bitte das lenkrad an das lenkrad und wir haben immer noch nicht geguckt morgen video 23 kommentar drunter welches teil sollen wir als sitzschale nehmen das oder das genau ich zeig mal oder das mit polsterung ohne polsterung und mit polsterung ihr habt die qual das war der wahl wir werden so entscheid machen wie ihr das sagt und von daher ja was soll ich weiter dazu sagen das war es tatsächlich wir haben es dann jetzt auch geschafft und dann gibt es noch eine kleinigkeit die der luka uns sagen will ich mache jetzt erst mal das aus das und das und jetzt beim luka genau so sieht es aus meine lieben da abonnieren glocke an damit ihr kein video mehr verpasst und daumen nach oben wenn euch das video gefallen hat lasst gerne kommentar da wir freuen uns auf euch bis dahin euer kolke und bis dahin